Bei Piano wurde 2002 in Hamburg gegründet und ist ein ganz neuartiges, frisches Konzept, das heißt also mediterrane Küche. Wir rekrutieren deutschlandweit. Das ist auch der Grund, warum ich tagtäglich drei neue Stellenanzeigen bei Indeed schalte. Was uns besonders gut bei Indeed gefällt, ist, dass das Backend sehr einfach gestaltet ist. Man hat die Möglichkeit in kürzester Zeit viele Stellenanzeigen zu schalten. Wir werden auf 330 Restaurants in den nächsten zwei Jahren wachsen und das also international, aber auch in Deutschland ganz verstärkt. Und wenn man sieht, dass es ungefähr 50 bis 60 Mitarbeiter braucht, um ein Restaurant dort zu betreiben, dann ist das schon eine ganz beeindruckende Zahl, die wir hier rekrutieren müssen. Durch unser starkes Wachstum müssen wir gerade bei den Neueröffnungen nicht nur qualitativ gute Mitarbeiter finden, sondern das Ganze auch in einer sehr kurzen Zeit. Hier haben wir beispielsweise bei unserem Opening in Hamburg am Gänsemarkt in sechs Wochen gemeinsam mit Indeed über 80 neue Mitarbeiter einstellen können. Bei Piano steht der Pianist, unser Mitarbeiter, im Mittelpunkt. Das heißt also, dass wir eine große internationale Familie haben. Wir haben tiefe Werte, die wir tatsächlich auch weltweit leben können, die uns wichtig sind. Also ich persönlich bin jetzt auch schon neun Jahre bei Piano dabei, habe vier Jahre davon in der UK gearbeitet und habe da meine ersten Erfahrungen mit Indeed gemacht. Indeed bietet einfach einen schnellen, zeitnahen Service und sei es, dass es um Budget-Shifting geht, sei es darum, dass wir inhaltliche Fragen haben und da ein bisschen mehr mehr Support brauchen. Also das ist echt eine super Zusammenarbeit und wir sind da sehr, sehr zufrieden mit.